Ein Integrierter zum Preis eines Teilintegrierten mit Hubbett? Der neue Trend E macht es möglich. Mit an Bord moderne Styling, Top-Ausstattung und natürlich hervorragende Qualität von Detlefs. Die dynamische Front verleiht dem Trend E eine sportliche Note. Der 2,3 Liter Euro 6 Motor hat 130 PS und sorgt so für die nötige Spritzigkeit auf Reisen. Bei der Zuladung bietet der Trend E besonders viel Spielraum. Über eine halbe Tonne Gewicht kann zugeladen werden und das bei einer zulässigen Gesamtmasse von nur 3,5 Tonnen. Die große Heckgarage ist von zwei Seiten zugänglich. Mit 1,15 Meter Höhe und 93 Zentimetern Breite gibt es in der Heckgarage genügend Stauraum, um die Zuladungsreserven voll auszunutzen. Die verrottungssichere Bodenkonstruktion Lifetime Smart ist komplett holzfrei und sorgt so für eine langlebige Qualität. Die 70 Zentimeter breite Eingangstüre sorgt für einen komfortablen Ein- und Ausstieg. Der Eingangsbereich mit isoliertem Coupé-Einstieg ist besonders hochwertig gestaltet. Das Coupé-Einstieg ist mit einem Lattenrost ausgestattet. Die hochwertige Evopor-HLC-Matratze hat eine Liegefläche von 1,96 x 1,50 Meter und sorgt für einen erholsamen Schlaf. Die Sitzgruppe bleibt auch bei heruntergelassenem Coupé-Einstieg erhalten. Sowohl beim Holzdekor als auch bei den Wohnwelten stehen zwei Designs zur Auswahl und lassen Spielraum für jeden Geschmack. Die Detlefs-Gourmet-Küche wartet mit einem Drei-Flammen-Kocher und einer großzügigen Arbeitsfläche auf. Der große Kühlschrank mit Gefrierfach sorgt für ausreichenden Stauraum für frische Lebensmittel. Auch das Bad überrascht mit viel Platz und einem angenehmen Ambiente. Den Trend-E gibt es sowohl mit Einzelbetten als auch mit einem großen Queensbett, das sogar in der Höhe verstellt werden kann. Dadurch ergibt sich in der Garage zusätzlicher Stauraum. Für einen angenehmen Schlaf sorgen die hochwertigen Evopor-HLC-Matratzen, die den Rücken schonen und aus klimaregulierendem Material bestehen. Der Trend-E von Detlefs. Grandioses Reisen zum Freundschaftspreis schon ab 57.999 Euro.